hallo ihr fantastische menschen da draußen willkommen zu einer neuen folge und heute ist eine ganz bestimmte folge und zwar habe ich mit erschrecken festgestellt dass mein erstes video schon jetzt mittlerweile über vier jahre da ist am 14.01.2017 erschien mein erstes video zu einem meiner lieblingsspiele für den gameboy fortress of 4 ich bin ehrlich gesagt zu etwas geflasht vier jahre mache ich das hier schon und ich bin immer noch dabei und hat immer noch genauso viel spaß wie am anfang und mein kanal blüht und gedeiht momentan wofür ich sehr sehr dankbar bin und vielleicht interessiert es euch auch ich will euch mal so einen kleinen einblick in die anfänge dieses kanals geben was mich da bewegt hat mit was für problemen ich zu kämpfen habe was ich von diesen videos und zu den meinungen dieser spiele am anfang jetzt noch sage ich würde sagen wir schauen uns einfach mal wenn ihr bock drauf habt meine ersten drei videos an und wir schauen einfach mal was sich da so alles ergibt so als kleines wie action video würde ich sagen und die erste kleine neuerung jetzt zu dem vierten retro panda jahr oder wie man es sagen will seht ihr schon hier ich habe so ein bisschen technisch aufgerüstet und dank eurer videoaufnahmen habe ich mir jetzt so einen kleinen adapter geholt der nicht gerade billig ist aber ich denke mal qualitätsmäßig sieht es ganz gut aus womit ich jetzt meine normale spiegelreflex kamera auch als webcam benutzen kann das heißt ihr könnt mich jetzt immer in hd quasi sehen und etwas schärfere von der auflösung her ja ich würde sagen wir schauen einfach mal in das erste video rein ich hoffe ihr habt genauso viel bock drauf wie ich und das ist fortress of 4 so da sind wir hier bei fortress of 4 wie man sieht es ist eines meiner erfolgreichsten videos komischerweise mit fast 4.100 aufrufen momentan viele daumen hoch und nur wenige daumen runter und das finde ich so ein bisschen faszinierend weil so in der retro perspektive vielleicht bin ich auch sehr selbstkritisch sind diese nicht sehr gut gelungen da wusste ich noch nicht wie man in den workflow reinkommt und so weiter und ich habe es vielleicht schon in einer oder anderen fragestunde mal erwähnt ich hatte wirklich sehr sehr große bedenken überhaupt mit youtube anzufangen ich habe ja auch mein gesicht glaube ich erst nach anderthalb oder zwei jahren das erste mal überhaupt gezeigt weil ich da sehr scheu war und sehr viel angst hatte ich hatte irgendwie bock video zu machen und mich so ein bisschen kreativ zu betätigen so als geschichte vielleicht falls das der ein oder andere noch nicht mitbekommen hat war mein gedanke im prinzip da habe ich so mit diesem retro spiele sammeln etwas angefangen und dann guckt man bei ebay nach irgendwelchen spielen und diese titel sahen einen erstmal nichts und dann habe ich halt immer im internet geschaut was für ein spiel ist das bringt das was und ich habe nie so kurze knackige test videos gesehen ich habe zu der zeit viel sns drunk gesehen der ja sowas für die super nintendo bereich macht und ich dachte mir okay das für den deutschen bereich jetzt für game boys natürlich auch für super nintendo das fehlt irgendwie und da ich immer so ein bisschen mich auch kreativ gerne beschäftigt habe habe ich dann da mal einfach mal geschaut und probierst es einfach mal ich hatte schon mal vor uhrzeiten zu wo ww zeiten noch als world of warcraft mal ein zwei kleine videos ganz stimmbarhaft geschnitten daher hatte ich so ein bisschen ganz ganz grobe ahnung ich dachte einfach mal probierst es einfach mal ich hatte aber sehr sehr starke bedenken kriege ich das hin ist meine stimme gut genug dafür vom einsprechen her klingt die gut nicht dass sie da irgendwie zugesperrt wird bist du scheiße und so weiter was bisher zum glück einigermaßen ausgeblieben ist bin ich auch sehr sehr dankbar drüber was aber auch finde ich so ein bisschen zeigt wie wie freundlich unsere retro spiele sammel community ist ich habe noch nie wirklich das tiefgründige beleidigungen gesehen gegen mich ein zwei vielleicht aber gut dass das gehört dazu und auch diese ganze retro youtuber community die sind so hilfreich und super freundlich miteinander ich habe mich sehr schnell sehr sehr wohl gefühlt in dieser community auf jeden fall aber genug davor rede ich würde sagen wir schauen mal das erst video rein die werden natürlich jetzt etwas selbstkritisch werden ich hätte da sehr sehr große bedenken und sehr sehr viel war mut hat das für mich gekostet und ich war ich weiß noch dass ich glaube nach drei vier wochen irgendwie so zehn aufrufe hatte und sowas und da schon super froh war dass mich da jetzt keiner fertig gemacht hat ohne ende aber ich würde sagen wir starten einfach mal da als kleines zeichen vielleicht retro gaming panda und auch das logo das ist noch so ein bisschen das logo aus einem alten browser spiel was ich mal gespielt habe das war fußball xxl und das war dann mein wappen dazu wo ich dann einfach das retro gaming panda ergänzt hatte also sehr sehr gestücke die muss dann kurz bei mir die lautstürke hochmachen und wenn ich jetzt so in der retro perspektive auch wenn ich jetzt schon wieder pausieren muss meine stimme höre habe ich doch genau dieses bild im kopf wie das eingesprochen habe und zwar war das mein altes headset was ich denn quasi benutzt habe und dann irgendwie so versucht habe möglichst gut rein zu sprechen qualität geht in ordnung aber dass ich habe relativ zügig hier das mikrofon was ich jetzt seit der zeit benutze geholt ich glaube drei vier monate später kostet natürlich ein bisschen was aber dadurch ist auch die qualität denke ich mal wesentlich besser geworden und auch allgemein dieses einsprechen sehr sehr monoton auf jeden fall was immer noch so ist was definitiv immer noch so ist und hier sieht man natürlich auch so ein bisschen die video qualität allgemein die ist noch nicht so gut wobei dass das ursprüngliche material was ich aufgenommen hatte das hatte gute qualität nur wusste ich noch nicht so richtig mit dem schnittprogramm wie ich das benutzen kann welche kodizis ich benutzen kann und so weiter das war sehr sehr schwer und wie gesagt dieses eintönige einsprechen gefühlt wenn ich mir die ersten videos anschaue das wirkt so als ob ich irgendwie das heimlich in irgendeinen raum eingeflüstert habe ich bin zwar immer noch nicht der meister im einsprechen überhaupt aber ich denke mal es ist besser geworden als das hier auf jeden fall aber ritter in voller plattenrutschen sind auch natürlich auch super oder was taugt fortwirst auch viel für den gerber heute noch und auch also betonung und so was wie gesagt ich bin da sehr selbstkritisch ich bin da ruhig das stört mich immer noch aber ein kleines fun fact ich habe mir schreiben wir immer zu jedem test immer ein skript das hat immer das selbe prinzip vorwort dann kommen so die technischen daten wann ist es erschienen und so weiter dann kommt die beschreibung des spiels dann wird kurz auf die grafik und auf die musik eingegangen und dann kommt so das fazit das hat sich wirklich seit dem ersten video ist das gleich geblieben für jedes testvideo was ich mache fortress of fear gehört zu der results of warriors serie die zwischen 87 und 29 insgesamt vier spiele hervorbrachte drei davon erschienen für das nes ein teil für den gameboy und um dieses spiel geht es hier heute wobei diese serie wirklich sehr sehr seltsam ist muss ich sagen also ich finde es hat einen interessanten ansatz aber ich habe einmal in eine nes titel reingespielt was mit der game-over-version nicht so viel zu tun hat aber dass das springen gefühlt ist genauso komisch sehr faszinierend auf jeden fall und auch hier also diese geschichten früher das war wirklich wirklich immer sau einfach und deswegen spare ich mir das mittlerweile so bei test so ein bisschen auf die geschichte einzugehen beim prinzip ist es immer dasselbe und übrigens wenn ich diese spiel szenen sehe ich habe immer noch die musik im kopf auf jeden fall auch das viel viel mit euren schwert erledigen ja level aus wenn ich kenne also meine formulierung das sprungverhalten ist etwas fummelig ist natürlich in der hinsicht etwas untertrieben jeder der spiel schon mal gespielt hat weiß wie schwer einschätzbar dieses springen ist aber wenn man sich darauf eingestellt hat auch wenn es wirklich teilweise etwas sehr abstrus ist dass man wirklich so die maximalste sprung distanz über ewigkeiten über eine riesen plattform oder abgrund tätigen muss das ist nicht gut und auch blind oft das ist nicht gut aber allgemein in ordnung hat man sich erstmal daran gewöhnt dass das springen etwas zeitverzögernd ausgeführt wird geht das eigentlich ganz gut von der hand das stimmt die gegner verfolgen diverse muster und halten teilweise mehrere schläge mit dem schwert aus hat man die bewegungs muster allerdings erstmal verinnerlicht stellen diese auch keine großen herausforderungen dar also stichwort level auswendig lernen die welt besteht dabei aus fünf verschiedenen kapiteln die sich jeweils optisch etwas unterscheiden und eine andere herausforderung bieten jeder dieser kapitel endet dabei mit einem besonderen bosskampf oder ein besonderes hindernis grafisch ist das spiel für seine zeit durchaus ordentlich gelungen klar die gegner vielfalt könnte größer und abwechslungsreicher sein aber sie passen gut zum setting also aus der retro perspektive da habe ich ja noch nicht so viele gameboy tests gemacht und so weiter ist der gegner vielfalt eigentlich schon relativ hoch also da gibt es schon wesentlich schlimmeres und fertig man darf ja nicht vergessen für so ein frühes spiel ist das echt nicht verkehrt die levels sind dafür super gestaltet die umgebung sind abwechslungsreich und viele details im hintergrund sind sehr atmosphärisch und passend grundsätzlich liebe ich ja den soundstrip des gameboy die musik bei diesem spiel ist meiner Meinung nach herausragend ich meine hört euch ja dann schon mal die startmusik an auch da so ein bisschen als einwurf der hört ja wahrscheinlich das einsprechen ich habe da noch keine hintergrundmusik mittlerweile meister wirklich so dass ich in einem video immer irgendwelche die musik des spiels im hintergrund labern lassen weil genau das so einfach dieses einsprechen das wirkt dann auch finde ich zumindest auf dauernd auch etwas langweilig aber da muss ich natürlich auf dieser phantastische musik eingehen also Wenn ich die höre da habe ich gleich so ein wohliges gefühl irgendwie ich weiß nicht ob ob ihr das was auch kennt aber es einfach herrlich finde ich Wenn das kein was auf die erstürmer einer book macht dann weiß ich auch nicht Das einzige was so groß zu meckern gibt dass es leider nicht viele von den musikstücken gibt und sich diese daher rasch wiederholen Naja da muss ich sagen eingeschränkt also es gibt nicht viele aber es gibt ja für für jeden level bereich eine musik und Dann habe ich doch lieber für für jeden level bereich eine musik die oder ein musikstück was ziemlich gut ist als wirklich viele die scheiße sind und sich schnell Lupen und sowas ne also Das ist aber auch durchaus gelungen die gegner gehen bei jedem treffer eine art stöhnen laut von sich und gewähren dadurch ein gutes treffer Habe ich nur noch im kopf diesen Habe ich jetzt wahrscheinlich hundertprozentig falsch wiedergegeben Ich weiß gar nicht wie teuer das mittlerweile ist Aber da muss ich natürlich sagen also dieses Jein Habe ich natürlich sehr stark probiert das irgendwie so sehr neutral zu betrachten Mittlerweile wenn ich einen spieltest mache dann versuche ich nochmal eine subjektive sache reinzubringen Zum beispiel ich mag keine pinball spiele Also sage ich hey okay für mich ist das jetzt nichts aber was ich so festgestellt habe ist das ein gutes pinball spiel So und ich feiere dieses spiel natürlich stark ab es ist einer der wenigen ovps die ich habe und es war wirklich nicht umsonst eines dieser ersten spiele Und wie ich am eingang gesagt habe das ist ja eines meiner erfolgreichsten videos klar ist es auch eines der die ich schon am längsten da habe Aber an der qualität des videos kann das eigentlich nicht liegen sondern ich glaube das geht nicht nur mir so mit der qualität Aber ich würde sagen wir schauen uns dann noch Ich grüße Oh Gott ja Ich muss auch mal einen neuen trailer drehen glaube ich das von 2008 da sehe ich noch komplett irgendwie anders aus Ich würde sagen Älteste zuerst Wir schauen uns noch Quirk an Wie man sieht hier bei weiteren habe ich auch noch Ich muss mal gucken genau NES Spiele Das habe ich dann irgendwann aufgegeben weil zu viele Konsolen auf einmal ist auch nicht geil Äh das zweite video Wie man sieht äh relativ zügig dahinter und ich habe den äh intro dings schon ähm etwas bearbeitet Und durch den gameboy start sound Ich gebe mir einfach mal selber einen daumen hoch würde ich sagen Ähm ähm ergänzt Ne und äh ich würde sagen wir schauen einfach mal rein was ich in zwei tagen dazugelernt habe Dieses spiel hat wohl eines der seltsamsten cover aller zeiten Stimme ich immer noch zu Eine Tomate mit einem grünen Iroh Sonnenbrille und Turnschuhen läuft aus einer Schlucht heraus Ich weiß zwar nicht was für Drogen der Kurser genommen hat Aber es müssen gute gewesen sein Das finde ich immer noch Und dann ist dann noch der Name Quirk Auch nicht gerade aufschlussreich Was für ein Spiel soll das denn sein Und noch wichtiger Taugt es heute noch was Quirk ist ein Puzzlespiel welches im Jahr 1915 Ähm Vielleicht etwas zur Historie warum ich das als zweites Video genommen habe Auch das hatte sich sehr stark in so mein Kindergehirn eingebrannt Und es war auch eines der ersten Spiele die ich mir für meine Sammlung deswegen gekauft habe Und ich weiß noch wie verwirrt ich damals als Kind von diesem Spielprinzip war Aber es immer wieder herausgeholt habe und immer wieder gespielt habe und immer es wieder versucht habe Ich kam zwar immer so halb weit von diesen einzelnen Welten Und irgendwann stockte es halt Weil das ist ein Rätselspiel Und irgendwann wenn ihr da keine Kumpels habt Die ihr irgendwie fragen könnt Hey wie geht es hier weiter Dann läuft es halt auf sowas hinaus Dass es halt stecken bleibt Und ich glaube es gab auch in keiner Club Nintendo Zeitschrift oder sowas Mal eine Komplettlösung Aber ich finde das Spiel einfach sehr einfach und sehr sympathisch Aber guck mal mal Entwickelt wurde es von der Firma Atlas und von Alclame veröffentlicht In Japan hieß das Spiel Puzzle Boy Was meiner Meinung nach der wesentlich bessere Name ist Irgendwie schon oder? Dann fass man gleich was seine erwartet Der namensgebende Held Quirk ist mit seiner Freundin Tammy abends in der Stadt unterwegs Dort beschließen sie die Katakombe um unterhalb der Stadt zu erkunden Ihr werdet das erraten Tammy verschwindet Und Quirk muss sie wieder finden Aber auch das dazu Das ist so ein typisches Beispiel Was ich ja gerade meinte mit diesen Geschichten Warum ich mir das teilweise momentan spare Es ist ein Puzzle Spiel Wo ihr Sachen irgendwie verschiebt Warum muss es da diese typische Freundin wurde entführt Geschichte geben Das ist total irrelevant Haut doch einfach ein gutes Spiel raus Okay Vielleicht musste sie das Handbuch etwas füllen Ich weiß es nicht Wie spielt sich also das Ganze? Das Gameplay ist im Prinzip Sample Ihr müsst zu dem Ausgang des Levels geraten Und dieses erreicht ja nicht mehr verschiedene Hindernisse aus dem Weggrund Das klingt natürlich auf den ersten Blick etwas einfacher Als es im Endeffekt wirklich ist Ihr müsst geschickt Blöcke bewegen Löcher füllen Und Weichen umstellen Wobei Ein kleiner Funfact Ich dachte als Kind immer Ihr habt es ja auch gerade gesehen Dass das In einem großen Block In dieses Loch geschoben wurde Um das damit quasi den Plan zu machen Dass sie drüber laufen können Ich dachte immer Als Kind Das wären keine Blöcke Sondern irgendwie so eine schwarze Blobwende Wo man das in den Reinschiebt Dass es verschwindet Aber Irgendwie machen Abgründe mehr Sinn Der erste nennt sich Going Up Und dieser Modus entspricht am ehesten Einen Story Modus Insgesamt gibt es drei Was ist Story? Die jeweils zehn Level beinhalten Insgesamt habt ihr also 30 Level Unterwegs könnt ihr die Levels teilweise nur mit euren Hier eine kleine Erklärung Die fand ich hier auch immer sehr interessant Wo ihr dann quasi zwei Ja Quirks nenne ich es jetzt einfach mal Spielfigur Also Gemüsesorten gespielt haben Wo man sich hier quasi ergänzen muss Aber das sieht man jetzt hier gleich Wie das hier alles geht Welche ihr mit Eindruck auf die Select-Taste auswählen könnt Diese Freude helft euch auf dem Weg Und müssen genauso wie Quirk zum Ausgang gelost werden Und so musste man dann halt das verschieben Kann ich halt ein super Mix irgendwie Auch die um bestimmte Hindernisse zu überwinden Das ist super oder nicht Das finde ich auch eine sehr praktische Erfindung Das habe ich damals nie geschafft übrigens Nie Ich weiß nicht Also ich habe damals sowieso Sehr sehr wenige Spiele wirklich durchgespielt Weil irgendwann blieb man einfach stecken Und ich habe es dann gelassen irgendwie Der Spielmodus heißt Heading Out Dieser Modus ist ein Renn gegen die Zeit Und das Ziel ist es Eine bestimmte Anzahl von Räumen hintereinander zu schaffen Je schneller er ist in der Runde mit den Zoom Je schneller er ist in der Ausgangschaft Je mehr Punkte bekommt ihr In diesem Modus gibt es insgesamt 99 verschiedene Level Der dritte Modus ist der Zwei-Spieler-Versus-Mode In diesem tretet ihr gegen einen anderen Spieler Über das Link-Kabel an Jeder Spieler wählt eine bestimmte Anzahl von Leveln aus Und beide Spiele versuchen Den habe ich übrigens nie getestet Sondern wirklich nur kurz recherchiert Hey was macht man da Auch damals habe ich das Spiel nie im Versus-Modus gespielt Und auch allgemein leider mit diesem Link-Kabel Kaum Multiplayer gespielt Wer zuerst alle Räume abgeschlossen hat Hat gewonnen Die Grafik in Quirk ist eher zweckmäßig gehalten Was für Puzzle-Spiel aber durchaus in Ordnung geht Es ist alles klar in Level zu erkennen Gewinnt aber keine Preise für einen besonders hohen Detailgrad Gleiches kann man zu dem Sound sagen Ist untermalt das Spielgeschehen passend Ist jetzt aber nichts was man auch länger nach dem Spielen im Kopf behält Kommen wir also abschließend zu der Frage Taugt das Spiel heute noch was? Quirk wird nicht umsonst teilweise als Geheimtipp gehandelt Es ist ein frisch ein anderes Puzzle-Spiel Was es in dieser Art auf diesem Gameboy kein zweites Mal gibt Nach einem relativ simplen Einstieg kommen schnell die Kopfnüsse Und es macht Spaß sich den Weg zu ertüfteln Zusammengefasst gehört Quirk zu der Kategorie einfach zu erlernen aber schwer zu meistern Außerdem kostet das Spiel momentan rund 5 Euro Und ist daher eine definitive Spielempfehlung Auch hier wieder Also Grundmeinung habe ich absolut dieselbe Quirk ist einfach ein super kleiner Puzzler Kann ich wirklich nur jeden Wärmsatz ans Herz legen Aber Geheimtipp ist es ja eigentlich glaube nicht mehr Ich habe auch schon bei meinen letzten Gute, gute, günstige Gameboy-Spiele Ich glaube Top 5 habe ich oder 5 Stück habe ich ja vorgestellt Da kam auch wieder von wegen Hey, was ist mit Quirk und so weiter Aber das habe ich schon in meinem ersten Video der Sorte mal vorgestellt Also ein richtiger Geheimtipp ist es nicht Aber wenn ihr wirklich mal ein cooles Puzzle-Spiel spielen wollt Solltet ihr da wirklich mal reintesten Kann man nichts falsch machen Finde ich ein sehr interessantes Spielprinzip Wie gesagt, das Cover ist etwas Irreführend, nenne ich es mal Aber ansonsten wirklich super Und ich würde sagen Die ersten mal Videos Ich habe euch mal so einen kurzen Einblick gezeigt Ich hoffe Ich fand es genauso interessant und spaßig wie ich Und ich bedanke mich wirklich an alle Die mich jetzt auf dieser Reise schon begleitet haben Es ist mir ein Fest Ich werde auch weitermachen Ich habe immer noch Spaß dran Und mal schauen, wie sich das alles hier noch entwickelt Vielleicht, wenn ihr mal Bock habt Vielleicht so eine Art Reaction-Video wie jetzt Vielleicht habt ihr mal Bock Dass ich mal auch sowas für andere Videos mache Wenn ja, schlag mal was vor Ich bin immer so für neue Video-Ideen Mach dankbar, was ich umsetzen kann Und dann schaue ich einfach mal Und ich würde sagen Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt Dieses Mal wieder auf jeden Fall Meine Zeitreise in meine Retro-Panda-Vergangenheit quasi Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag Egal, was denn auch vor Ort, meine Lieben Macht's gut Tschüss Tschüss Tschüss